Ich habe vor ein paar Tagen was richtig krasses auf TikTok entdeckt. Ach, gönnt euch das, Mann. Ich muss sie jetzt mit der Hand runterholen, weil ich da nicht sonst anders rankomme. Ich gebe euch ein neues Zuhause, ihr Kleiner. Tja, Leute, Bienen sind nicht böse. Erstmal mein Respekt an Beasties, dass er sich das getraut hat. Ich finde den Channel mega cool, Leute, weil er auch ein naturverbundener Typ ist, genau wie ich. Er klärt halt bestimmte Mythen auf, dass Bienen euch nichts Böses wollen. Und ich habe hier auch mal Beweise, dass Westenbienen und so weiter nicht wirklich böse sind. Und genau wie ich immer sage, dass Spinnen euch auch nichts Böses wollen. Pfötchen? Dankeschön. Ich finde halt einfach, dass wir Menschen immer weniger naturbezogen werden. Und solche Channel erwecken bei einigen wieder die Verbundenheit. Und um euch das Ganze bei Spinnen zu beweisen, werde ich die nächste Tage ein Video machen, wo ich fünf Spinnen auf meine Hand nehme. Wenn ihr gerne Fotos mit solchen Tieren und mir haben wollt, könnt ihr gerne zu meinem Fantreffen am 23. kommen, diesen Monat. Checkt einfach den Link in der Bio ab für mehr Informationen. Macht das Plus weg, wenn ihr Bock auf Tiere habt und bye. Ihr braucht doch echt keine Angst vor denen haben. Die wollen euch nicht stechen.